Moin! Liebe Leute, herzlich willkommen am Donnerstagmorgen zur Holzer-Map im LS19. Wir sind dabei unsere Kühe zu versorgen. Futter haben sie, habe ich in der letzten Folge gebracht. Und jetzt geht es darum, dass sie Stroh kriegen. Ein Streu. Und dann müssen wir ihnen noch Wasser bringen. Und so weiter und so fort. Ja, es gibt einiges zu tun. Einiges zu tun. Manchmal macht er die Pferde nicht rückwärts. Das ist echt ätzend. Keine Ahnung warum. Ach so, haha. Man muss natürlich wieder hinten das Gewicht dranhängen. Sonst wird das hier nichts. So, jetzt kann ich auch vernünftig fahren. Ja, warum die Kühe jetzt eingefroren sind, ich habe keine Ahnung. Da ist der Ausgang. Hallo Kühe! War das hier oder wo war das? Wo muss ich einstreuen? Ne, muss ich nicht. Oder muss ich hier mit losem Stroh einstreuen? Das wäre natürlich ätzend. Auch da ist es nicht. Das hier vorne wird der Milchtrigger sein. Gülletrigger oder was weiß ich. Trigger. Aber nicht der Einstreutrigger. Nö. Noch nicht. Ist der E-Trigger? Gibt es hier hinten noch Trigger? Nö. Muss ich tatsächlich mit losem Stroh einstreuen? Wie in den anderen Stellen auch? Oh Mann ey, Leute. Das nervt aber. Das ist echt doof. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Muss ich mir jetzt so ein Einstreuteil kaufen für den Frontlader. Wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Na ja, dann machen wir das. Wenn das wirklich notwendig ist, weiß ich es nicht. Aber da fahre ich dann per Cosplay zum Händler. Jetzt nicht selber. So. Auf Schopp. Mal gleich mal hochstellen, dass er hier nicht drei Wochen braucht, bis er da unten ist. Und hier mal bei weiter zugucken. Auch noch 20 Minuten. Das erleben wir also in dieser Folge auch nicht mehr. Ach Quatsch. So. Okay. So. 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 hoffen, dass es da drin lag. Das ist wirklich nur wahr. Wir haben auf jeden fall jetzt jede menge nicht coole ein Wasserfass könnte ich auch gleich noch kaufen oder habe ich schon eins noch kein Wasserfass wüsste ich noch kein so und ich brauche einen Ackerschacht das haben wir auch. Sehr schön. Er ist hier fleißig, fleißig, fleißig und er ist angekommen. Super. Den kriege ich da ja gar nicht drunter. Eben beim Händler Überführung Shophof Dann fahr mal bitte und komm bitte auch an und schon wieder auf 10 km h runter. Warum? Was soll der Quatsch? Auch gut. Da müssen wir dann schon direkt gleich Unkraut spritzen Ansonsten sieht das gut aus. Direkt wenn wir da fertig sind mit mit Ansehen können wir direkt rüber fahren was gegen Unkraut unternehmen und dann wieder auf den Händler und dann um ja, das passt aber doch, das ist doch toll und wir können endlich unsere Tiere vernünftig versorgen ich meine, die haben wir auch noch nicht so lange das ist jetzt nicht das Problem aber dieses ein Streuteil, das werde ich dann auch verkaufen, sobald ich das Stroh lose sammle ich muss dann nur noch mal gucken, wo ich mir denn das alles hinbaue ich müsste eigentlich die Mischfutterfabrik auch noch mal umbauen da ist mir alles noch nicht so ganz ich muss noch mal umbauen, sobald ich mir die Mischfutterfabrik auch noch mal umbauen ach, hiermit funktioniert es, aha, das ist ja interessant Stellung, Anzeige meines Frontlader Instrumente das ist ja hochinteressant nee, ich will das Wasserfass jetzt gar nicht anschließen das ist ja hochinteressant oh, jetzt passe ich hiermit aber gar nicht rein, oder? na doch, passe ich na, vielleicht auch nicht mal gucken und das ist ja hochinteressant Ja, das ist doch schon mal nicht so schlecht. Ja, das ist doch schon mal. Ja, das ist doch schon mal. Ja, okay, meine Sämaschine muss aufgefüllt werden. Ja, ist richtig. Ja, das ist doch schon mal. Ja, das ist doch schon mal. Ja, okay. Ja, das ist doch schon mal. Ja, das ist doch schon mal. Ja, wir überziehen. Liebe Leute, das war's. 10 Uhr, Nordfriesische Marsch, 15.30 Uhr. Plötzlich Farmer, schaut gerne rein. Ansonsten Morgen Uhr, 9 Uhr, wieder die nächste Folge hier. Aufer, äh, Holzer Map und ich bedanke mich bei euch und sage in diesem Sinn mal, ciao.